hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen video in dem wir euch die strecke in bathurst im bmw m4 gt3 näher bringen wollen und zwar würde ich unser fahrer fabio mal mitnehmen auf eine stelle runde und das ganze anschließend noch mal in langsamem tempo erläutern viel spaß so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, es geht los mit Turn 1. Wir kommen im vierten Gang an. Bremspunkt ist zwischen dem 50 und dem 100 Meter Schild. Ich würde aber eher sagen, eher Richtung 50 Meter Schild. Also so vielleicht 60, 65 Meter um den Dreh. Okay, wir schalten den zweiten Gang runter und wichtig ist, dass wir relativ früh einlenken, dass wir an den Körb rankommen. Also ihr seht es jetzt hier, in dem Moment, wo ich einlenke, gehe ich auch schon wieder von der Bremse runter, komme in diese Kuhle hier rein und fahre so nah wie möglich an diese weiße Linie dran. Ihr könnt auch den Körb ein bisschen schneiden, ist nicht so schlimm. Ihr solltet nur nicht hier komplett drüber fahren, da wird das Auto ein bisschen unruhig. Wichtig hier, dass ihr relativ verhältnismäßig früh bremst und eigentlich, wie ihr es hier seht, vor dem Apex schon wieder auf dem Gas seid, um eben die Schwung auf die Gerade mitzunehmen. Also ihr seht es hier, ich schneide den Körb ein bisschen an, das macht nichts. Man merkt zwar ein bisschen im Auto, aber ich kann trotzdem voll auf dem Gas bleiben hier und kann meinen Gasvorgang einfach gut durchführen. Außen hier auf jeden Fall den Körb komplett mitnehmen. Wenn ihr den nicht mitnehmen müsst, dann wisst ihr, dass ihr nicht am Limit seid in Turn 1 und dass ihr auf jeden Fall noch mehr Schwung mitnehmen könnt. Also den Körb hier ruhig bis zum Ausgang nutzen. Ein bisschen aufpassen, wenn ihr merkt, ihr kommt zu schnell raus und ihr kommt hier aufs Gras. Die Lenkung aufmachen und vom Gas runtergehen, weil wenn ihr dann auf dem Gas bleibt, dann dreht ihr euch weg, sobald ihr das Gras berührt. Aber ihr könnt hier locker mit zwei Reiten aufs Grüne drauf, ist sogar ein Muss eigentlich, damit ihr wie gesagt den Schwung auf die Gerade mitnehmen könnt. Nächste Kurve, ihr kommt im fünften Gang an, Turn 2. Mein Bremspunkt ist hier längs die Bande, wo sie weiß wird. Da ein bisschen danach, also so ungefähr die Mitte von der weißen Bande würde ich sagen. Ihr schaltet den dritten Gang runter und geht auch wieder relativ früh von der Bremse. Ihr wollt hier auch wieder relativ viel Schwung mitnehmen, um den Berg hoch nochmal schön rausbeschleunigen zu können. Hier ist sehr wichtig, so nah wie möglich an den Körb zu gehen, aber auf keinen Fall den Körb zu berühren. Bringt das Auto aus der Balance und ihr müsst auf jeden Fall vom Gas gehen, sobald ihr den Körb berührt. Also merkt euch, auf die weiße Linie ist super, auf den Körb kriegt ihr auf jeden Fall Probleme. Und vielleicht fällt euch hier auf, wie früh ich schon aufs Gas gehe. Also hier ist ungefähr der Punkt, wenn ich mit dem Auto am Körb bin, gehe ich schon wieder aufs Gas. Hier seht ihr dann in der Kurve, sobald ich sehe, ich komme im Exit ran, gehe ich aufs Vollgas und kann hier schön rausbeschleunigen. Hier sogar fast ein bisschen zu lieb, ich denke ich hätte noch einen Ticken früh aufs Vollgas können. Den Körb hier kann man ruhig mitnehmen, musste ich jetzt hier nicht, aber habe ich natürlich ein bisschen Schwung verschenkt. So, ich schalte hier dann den vierten hoch. Wichtig ist, dass ihr auf dem Berg hoch relativ spät schaltet, weil eben, wie gesagt, es geht den Berg hoch. Wenn ihr da zu früh schaltet, verliert ihr auf jeden Fall ein paar Hundertstel. Doppel links, sehr schwierige Kurve, sieht man immer wieder viele, die da abfliegen. Wir kommen im vierten Gang hier an und ich bleibe aufs Vollgas, bis ich an dieser Bande hier vorbei bin. Wenn man hier lang fährt, hat man das Gefühl, dass die so einen Knick macht. Und wenn ich an diesem Knick vorbeifahre, dann bremse ich. Also ihr seht, ich bremse und so wie ich bremse, stelle ich das Lenkrad gerade. Und das verhindert eben, dass das Auto ausbricht beim Anbremsen und ihr in der Wand landet. Man muss jetzt dazu sagen, dass das Setup hier, das Sprint Setup von der Woche, sehr, sehr vorsichtig ist, sage ich mal. Also es verzeiht sehr viel, das ist sehr sicher. Dementsprechend natürlich auch langsam auf der Geraden, was euch nicht interessieren braucht, weil die anderen ja genauso langsam sind im Sprintrennen. Aber wenn ihr hier mit einem anderen Setup in der Open-Serie unterwegs seid und hier zu viel lenkt, während ihr bremst, seid ihr auf jeden Fall in der Wand drin. Und ihr merkt dann auch schon, ich gehe von der Bremse runter und lasse einfach den Berg noch ein bisschen die Arbeit machen. Ja, weil ich fahre ja immer noch den Berg hoch und lasse hier ganz kurz rollen, während ich voll am Einlenken bin, werde ich ja trotzdem noch langsamer, dadurch, dass es einfach den Berg hoch geht, damit ich es dann einfach schön rausbeschleunigen kann. Dann gehe ich euch aufs Vollgas. Hier ist so eine kleine Bodenwelle. Ich bin ein bisschen zu schnell, bin ein bisschen zu früh am Vollgas und ihr werdet gleich sehen, dass ich ausgangs ein bisschen Übersteuern bekomme. Das ist nicht optimal, kostet auch Zeit. Da solltet ihr gucken, dass ihr das Auto ruhig haltet. Hier hat man es kurz gesehen, also war schon ordentlich, Übersteuern. Ich habe gut Schwung mitnehmen können, habe aber davon halt ein bisschen wieder was eingebüßt durch dieses Übersteuern. Also versucht ja auch nicht ganz so weit nach rechts zu kommen, wie ich es jetzt hier bin. Ich war da ein bisschen übermotiviert am Ausgang, versucht es ein bisschen weiter links zu halten, weil hier kommt jetzt gleich eine Bodenwelle. Wenn ihr die voll mitnehmt, so wie ich das gleich mache, kostet es nochmal ein bisschen Zeit. Einfach hier ein bisschen vorsichtiger rausbeschleunigen. Ich zeige es nochmal hier in der Fahrtchase. Hier könnte ich noch einen Ticken näher ran. Ich sage immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr fahrt euch hier gleich den Spiegel ab an der Wand, dann seid ihr nah genug dran. Da kommt das Übersteuern. Ich muss korrigieren, deswegen komme ich noch mehr an die Wand. Und dann kommt eben diese kleine Bodenwelle. Hat mir jetzt hier nicht so viel ausgemacht. Mit anderen Autos ist die schwieriger zu nehmen. Da kann es sogar sein, dass ihr da abfliegt. Der BMW schluckt diese Bodenwelle hier einfach sehr gut. Natürlich hier die Rechtskurve Vollgas. Wenn ihr hier liften müsst, macht ihr unten schon was falsch. Also die hier muss Vollgas gehen. Dann seht ihr hier, ist so eine kleine Kuhle. Da fahre ich immer rein mit dem Auto. Also ihr seht es vielleicht so besser. Wie ich hier ein bisschen reinfahre, macht einfach die nächste Kurve ein bisschen weiter auf. Die hier auch auf jeden Fall Vollgas. Ich bleibe im dritten Gang und schalte ungefähr am Apex ein bisschen danach hoch in den vierten Gang. Also wenn ich aus der Kurve rausfahre. Wenn ich eben merke, die Drehzahl ist hoch genug. Wenn die roten Lampen angehen, schalte ich den vierten Gang hoch. Hier auch ruhig den Körbau außen mitnehmen. Also ich gucke wirklich, wenn ich hier bin, gucke ich wirklich an den Körb hier. Mit dem Setup könnt ihr die Kurve hier aber ganz locker vollnehmen. Hier die Linkskurve natürlich auch wieder Vollgas im vierten Gang. Wichtig hier ist, dass ihr erstens mal natürlich nicht hier in die Wand fährt. Sehe ich ab und zu. Dass die Leute hier ein bisschen überambitioniert sind beim Ausholen und hier in die Wand reinfahren. Aber trotzdem gucken, dass ihr so weit wie möglich rechts kommt. Ich versuche immer so mit dem Reifen auf oder über die weiße Linie zu kommen, wie ihr es jetzt hier ganz gut sehen könnt. Ja, schon mit dem halben Auto. Aber es ist nicht so schlimm, wenn ihr hier ein bisschen weiter links bleibt. Einfach ein bisschen Sicherheitsabstand, vor allem im Rennen. Ist ärgerlich, wenn man sich hier das Auto kaputt macht. Nur weil man hier schön ausholen will. Und ich kann euch sagen, es geht hier sehr, sehr schnell. Wenn ihr einmal rankommt, ist mit ziemlicher Sicherheit eure Lenkung krumm. Hier bleibe ich im vierten Gang für die Kurve. Die geht mit dem Setup auch Vollgas. Müsst ihr ein bisschen üben, aber probiert es einfach mal aus. Es geht wirklich relativ locker. Und wenn ihr es einmal raus habt, schafft ihr es eigentlich immer wieder. Wichtig ist eben, dass ihr früh genug einlenkt, dass ihr an den Apex kommt. Genauso wichtig ist aber auch, dass ihr nicht zu früh einlenkt und nicht über den Apex kommt. Ihr müsst halt den Apex perfekt treffen. Dann geht die Vollgas. Also ich komme hier mit dem Reifen fast aufs Weiße. Und dann kann ich die eigentlich sehr gut Vollgas nehmen. Hier kann man ruhig auf den Curb gehen. Wie gesagt, hier auch logischerweise wieder aufpassen. Nicht an die Wand nach außen kommen. Habt ihr auch sehr schnell eine Meatball. Oder ein bisschen Aerodamage. So, dann schalte ich hier in den fünften Gang. Vor der Kurve in den fünften Gang schalten. Das ist ganz wichtig, finde ich. Gibt noch mehr Traktion für die Kurve. Ich bleibe auch über die Kurve im fünften Gang. Ihr seht hier schon, es ist so ein kleiner Hügel. Da geht es jetzt so eine Bodenwelle runter. Und ihr seht jetzt auch schon, ich bin auf Vollgas und lenke aber schon ein. Das hat den Grund, dass die Bodenwelle einen ein bisschen rausdrückt. Weil ihr seid ja, ihr habt ja hier schon, ihr kommt mit 220 an. Da sind gewisse Fliehkräfte am Werk. Die drücken euch in dem Sprung natürlich nach außen, weil das Auto leichter wird. Und ihr kurz weniger Traktion auf den Reifen habt. Deswegen früh einlenken und gucken, dass sie hier. Im Grunde sieht es aktuell hier so aus, als wäre ich zu weit innen. Und würde hier voll über den Körb sammeln. Aber durch die Bodenwelle, die ich jetzt gleich mache, die mich ein bisschen nach außen versetzt, treffe ich dann den Apex relativ gut. Ihr seht auch, ich gehe hier auf Halbgas runter. Das heißt, kurz liften. Nicht auf die Bremse gehen. Nicht komplett vom Gas runter gehen. Wirklich nur ein Stück vom Gas weg. Und dann wieder drauf. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil ihr eben den Druck auf der Hinterachse behalten wollt. Hier, wenn ihr hier abfliegt, dann weil ihr ins Übersteuern geratet. Und das passiert eben dann, wenn ihr komplett vom Gas runter geht und den Druck damit von der Hinterachse nehmt. Und deswegen immer ein bisschen Gas haben in der Kurve, so wie in der Kurve davor, die ihr sowieso Vollgas nehmen könnt. Wenn ihr euch hier noch nicht so sicher seid mit dem Vollgas, auf jeden Fall nicht komplett vom Gas runter gehen. Nur ein bisschen liften und dann wieder aufs Gas gehen, damit ihr eben den Druck auf den Gas bewahrt. Den Körb hier innen, da könnt ihr so nah ran wie möglich, könnt ihr auch ein bisschen drüber. Das macht eigentlich nichts. So, hier bin ich ein bisschen zu lieb, wobei es passt eigentlich. Ihr könnt hier auf den Körb drauf, wenn ihr es für nötig haltet. Wichtig nur, fahrt nicht drüber mit zwei Reifen hier aufs Gras. Geht ganz schnell, dass ihr dann die Traktion komplett verliert und in der Wand landet. So, jetzt kommen wir zum wahrscheinlich schwierigsten Teil in Bathurst. Und zwar diese Kombination hier den Berg runter. Ich erkläre das jetzt mal in der Fahrtchase. Ich finde das ein bisschen einfacher. Ich gucke immer, dass ich hier relativ mit zwei Reifen auf dieses Weiße komme. Also man sieht ja hier auch wieder so eine kleine Kuhle. Da versuche ich immer reinzufahren. Und das ist aber auch gleichzeitig mein Punkt, wo ich schon nach rechts lenke. Ihr seht dann, wenn ich hier oben über diesen Hügel komme, kurz bevor ich nach unten fahre, das ist ganz wichtig, gehe ich auf die Bremse. In dem Moment, wo ich runterkomme, den Berg, gehe ich von der Bremse runter. Genau das gleiche wie vorher. Das Auto wird hier leicht. Der Schwerpunkt geht nach oben. Der Reifenkontakt zum Belag wird ein bisschen leichter. Wenn ihr hier noch voll auf der Bremse seid, kriegt der Reifen den Bremsdruck nicht mehr auf die Straße, weil das Auto in dem Moment einfach sehr leicht ist. Und ihr verliert die Traktion. Also deswegen, sobald ihr die Bodenwelle passiert, auf jeden Fall runter von der Bremse. Nicht komplett runter, aber schon ein ordentliches Stück. Also ihr seht, wie arg ich hier drauf bin. Und sobald es bergrunter geht, gehe ich runter. Hier lässt es sogar kurz rollen. Es ist gar kein Problem, hier unten rollen zu lassen, wenn ihr schnell genug reinfahrt. Also ich sage immer, wenn ihr hier, wo ich jetzt bin, nicht das Gefühl habt, dass ihr gleich da unten in der roten Wand liegt, dann seid ihr nicht schnell genug. Ihr kriegt es runtergebremst, ihr müsst da üben und ihr werdet bestimmt oft in der Wand da hinten landen. Aber das muss sich hier einfach viel zu schnell anfühlen, um einfach schnell zu sein. Wenn ihr hier sicher und ruhig hier runterfahrt, verliert ihr auf jeden Fall Zeit. So, dann gehe ich, sobald das Auto gerade ist, seht ihr hier, ich mache das Lenkrad gerade und gehe auf die Bremse. Ihr habt halt in diesem kompletten Stück hier, habt ihr immer wieder Passagen, wo ihr bremsen könnt und Passagen, wo ihr nicht bremsen könnt, wo ihr einfach das Auto laufen lassen müsst. Auch wenn es sich, wie gesagt, viel zu schnell anfühlt, einfach laufen lassen. Dieses zu schnelle Anfühlen und da unten reinfliegen, das passiert manchmal, aber das passiert eben nur dann, wenn ihr falsche Inputs gebt. Wenn ihr hier alles richtig macht mit den Bremsinputs, dann kommt ihr auch da unten mit der richtigen Geschwindigkeit an, dass ihr die Kurve bekommt. Aber wenn ihr hier halt irgendeinen Inputfehler macht, dann landet ihr da unten in der Wand. Befest ist eben eine Strecke, die keine bis wenig Fehler verzeiht. Ihr seht dann hier, sobald ich den Körb berühre oder ein bisschen davor schon, ja doch, ziemlich genau, sobald ich ihn berühre, gehe ich von der Bremse runter. So wie ich es jetzt hier mache, ist ein bisschen extrem. Ihr könnt leicht auf der Bremse bleiben. Ich gehe kurz komplett runter. Das ist ein Fehler von mir hier. Also ganz leicht auf der Bremse bleiben. Wichtig hier, sobald ihr den Körb berührt, müsst ihr mit dem Bremsdruck runter gehen, weil das Auto einfach nicht mehr so viel Bodenhaftung hat und durch den Körb einfach ein bisschen aus dem Gleichgewicht gehoben wird. Ihr seht aber auch, sobald ich auf dem Körb drauf bin, beziehungsweise wieder runter gehe, gehe ich wieder auf die Bremse drauf. Und wieder hier, sobald das Lenkrad gerade ist, wieder fester auf die Bremse. Und dann kriege ich auch hier unten, wenn ich beim Einlenken dann den Bremsdruck wieder verringere, kriege ich auch schön die Kurve hier unten. Wichtig hier, ich gucke immer, wenn ich hier bin, gucke ich schon hier hin, weil hier will ich hinfahren. Also ich versuche das Auto an diese Stelle hier mit dem Vorderrad auf diesen Körb zu bringen. Bisschen Luft gelassen, nicht optimal, aber ich denke, man kann es nehmen, ja. Dann gehe ich hier, wie ihr seht, kurz aufs Gas, weil ich sehe, ich bin innen, Auto macht, was ich will, ich muss nicht korrigieren, kann ich hier kurz aufs Gas gehen, um dann hier wieder auf die Bremse zu gehen und ganz arg wichtig hier früh einlenken, damit ihr die Bodenwelle hier voll mitnehmt. Ihr seht, guckt mal, wo ich einlenke. Wenn ihr das so sehen würdet, denkt ihr, ich fahre jetzt gleich in die Wand rein. Aber hier kommt eben diese Bodenwelle, wo ich gar keine Traktion habe für eine kurze Zeit, wo ich aber schon voll aufs Gas gehen kann, weil ich weiß, sobald die Reifen auf dem Asphalt wieder Druck haben, lenkt das Auto dahin, wo ich hin will. Dann kommt natürlich dadurch, dass es hier kurz so viel Druck hat, auf der Hinterachse wird es dann zu leicht, bis sich das Auto wieder leicht gesetzt hat. Aber ihr seht hier, dieses minimale Übersteuern, das ich hier habe, wo ich hier eigentlich noch am Korrigieren bin, hier, nehme ich dann gleich, um einfach den Rechtshink noch zu fahren. Und dann kommt er eigentlich gut rum. Also, ich finde es immer schwierig, diesen Teil der Strecke gut zu erklären. Bathurst, vor allem dieser Teil hier, ist einfach ein Part, der viele, viele Runden Training braucht und viel, viel Blechschaden und viele, viele Male Zurücksetzen erfordert. Bis ihr den hier einigermaßen vernünftig drauf habt. Aber ich finde, gerade auf dieser Strecke, sie bestraft zwar Fehler sehr hart, aber sie belohnt eben auch richtiges Fahren sehr, sehr gut. Also, ich finde das Gefühl einfach cool, wenn man hier im Rennen drei Autolängen auf den Vordermann zufährt, weil der hier durchfährt wie eine Oma. Und man lässt hier einfach selber auch richtig durchfliegen, weil man sein Auto im Griff hat und die Limits kennt. Also, nochmal für alle, kurz im Schnelldurchlauf. Hart bremsen bis zum, bis es einen Berg runter geht. Leicht die Bremse runter lassen. Ich lasse hier so kurz rollen, gar kein Problem könnt ihr machen. Hier denken, ihr fliegt da unten gleich in die Wand rein, das schafft ihr niemals. Und sich dann aber auf die Inputs konzentrieren. Auto gerade, bremsen. Ich lenke, gehe auf den Curb, runter von der Bremse oder Bremse verringern. Runter ist, wie gesagt, falsch. Auto gerade, wieder härter bremsen. Und dann hier durch Trial Braken, so wie ihr es eben braucht. Und hier dann früh aufs Gas und dann solltet ihr gut durchkommen. Ich bleibe hier im Dritten und sobald ich in den Begrenzer komme, gehe ich vom Gas runter und lasse einfach rollen. Ich gehe sogar hier noch ein bisschen aufs Gas, weil ich merke, ich bin nicht ganz am Limit. Wichtig hier, fahrt hier so nah an der Wand wie möglich und bleibt auch hier relativ weit rechts von dem Anfang. Und in dem Moment, wo ich das hier sehe, gehe ich auf die Bremse. Seht ihr, wenn ich hier nah dran bin, also fast mit dem Auto dran vorbeifahre, gehe ich auf die Bremse. Aber diesen Teil hier lasse ich rollen. Rollen komplett. Und jetzt bremsen, relativ hart bremsen, Auto gerade halten. Und jetzt seht ihr ja schon, ich bin eigentlich richtig positioniert. Ich muss eigentlich nicht mehr so viel machen. Das Auto fährt schon in die Kurve rein. Und seht ihr auch hier, ich habe die Lenkung gerade und bin ziemlich hart auf der Bremse. Das ist sehr wichtig, diese Kurve hier, dass sie hier eben langsam reinfährt und schnell rausfährt. Ich weiß, das kann man eigentlich bei jeder Kurve sagen, aber diese Faltenkurve hier, die belohnt dieses langsame reinfahren und schnelle rausfahren. Extrem, weil eben diese lange gerade folgt. Ihr kommt im dritten Gang an, schaltet den zweiten. Ganz hart wichtig, nicht, niemals, unter keinen Umständen, außer ihr habt einen vor euch, aber, und der ist extrem langsam, aber ihr schaltet hier niemals im ersten Gang. Ihr bleibt im zweiten, bitte. Dann finde ich immer hier, sind zwei so Kanten in der Wand. Es gibt hier auch zwei Arten, wie man die Kurve fahren kann. Die einen fahren hier ein Stück weit außen. Die sind nicht ganz so weit innen wie ich, zu dem Zeitpunkt hier, und fahren quasi in späteren Apex. Ich bin jemand, weil die Kurve nach innen abfällt, habe ich es lieber, dass ich direkt innen bin. So treffe ich einfach jedes Mal den Apex und bin einfach ein Stück konstanter. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich langsamer bin, weil ich eben am Eingang weniger Meter fahre. Der nimmt mir dann ausgangs vielleicht einen Ticken ab, aber vor allem im Rennen, wenn der vor dir ist, hast du den auf der Geraden sowieso. Also ich habe es lieber so, dass ich den komplett eng fahre und mir hier beim ersten Mal, bei der ersten Kante schon fast den Spiegel abfahre, wie wenn ich den späten Apex nehme. Und ihr seht, achtet mal drauf, wie früh ich schon aufs Gas gehe. Also ich gehe eigentlich schon aufs Gas, sobald die Bande innen höher wird. Guckt da mal, wann ihr da aufs Gas geht. Aber wichtig ist, dass es halt extrem früh ist. Also langsam reinfahren und extrem früh aufs Gas und rausfahren. Und das geht auch, weil ihr eben dieses Banking hier in der Kurve habt und früh rausbeschleunigen könnt und den Grip auch einfach habt. Wie gesagt, das Setup ist sehr lieblich. Mit anderen Autos und anderen Setups ist man hier sehr arg am Rudern in der Kurve. Aber mit dem Setup kann man hier wirklich komplett aufs Gas latschen. Ihr seht jetzt auch hier, wie früh ich aufs Gas gehe. Es sieht nicht schön aus, von 40 auf 100 Prozent, aber ich merke einfach, ich habe hier so viel Traktion, dass ich da einfach sofort aufs Gas gehen kann. Wichtig, am Kurvenausgang nicht ins Übersteuern geraten oder natürlich noch dümmer in die Wand fahren. Also da schon gucken, dass ihr zwar früh aufs Gas geht, aber dass ihr das Auto nicht am Ausgang überfahrt und dann nochmal irgendwie vom Gas runter müsst oder korrigieren müsst oder so. Also ganz auch wichtig hier, wenn ihr an diesem Punkt hier sagt, ich gehe aufs Gas. So, wo bin ich da? Ja, hier. Wenn ihr hier sagt, ich gehe aufs Vollgas, dann kommittet auch dazu, dann bleibt dabei. Natürlich müsst ihr im Rennen nochmal korrigieren, wenn ihr merkt, das reicht nicht. Aber gerade im Training sucht euch diesen Punkt, wo ihr merkt, ihr könnt aufs Vollgas und dann muss es aber auch passen, dann müsst ihr aufs Vollgas drauf bleiben. Es bringt überhaupt nichts, wenn ihr hier aufs Vollgas geht und hier dann wieder runter geht, weil ihr merkt, ihr kommt nicht um die Kurve rum. Dann habt ihr den ganzen Schirm wieder gedruckt gemacht. So, ihr kommt hier im fünften Gang an. Ich schalte gar nicht in sechsten hier. Ich komme nicht in Begrenz, so es ist da keine Notwendigkeit, da in sechsten zu schalten. Was ich hier mache, ist, ich fahre ein bisschen nach links raus. Mit einem halben Auto, um den Rechtsknick einfach ein bisschen besser zu bekommen und dann gleich ganz rechts zu sein. Ich mache einfach die Kurve ein bisschen weit auf. So, hier Bremspunkt. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr habt einmal die Schilder an der Seite und ihr habt hier diesen Dreck auf der Strecke. Ich sage das deswegen mit diesen zwei Möglichkeiten, weil wenn ihr einen 02 vor euch habt, dann könnt ihr den Dreck auf der Strecke vergessen. Dann seht ihr ihn dann, wenn ihr eben ins Heck fahrt. Deswegen orientiert euch eher an den Schildern. Ich sage immer, da wo dieser Dreck anfängt, also so zwischen 100 und 150 Meter, da bremsen. Wenn ihr einen 02 vor euch habt, dann habt ihr eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht nach dem 150 Meter Schild schon auf die Bremse, weil er natürlich auch vor euch bremsen muss. Und wenn ihr dann euren normalen Bremshook wählt, hängt ihr eben im Heck. Oder die zweite Möglichkeit ist halt rein bremsen. Aber in beiden Situationen könnt ihr diesen Dreck auf der Strecke vergessen. Sonst, so wie hier jetzt, finde ich es ganz hilfreich, sobald ihr da dran seid. Das heißt, kurz vor dem 100 Meter Schild vom fünften Gang in dritten und hart auf die Bremse. So, dann natürlich ein bisschen rein Trial Braken und so eng an den Körben wie möglich. Nach Möglichkeit nicht drauf fahren. Ihr könnt ihn so ein bisschen anschneiden. Das machen auch Leute wirklich jede Runde als Ideallinie. Ist auch völlig in Ordnung. Aber da nicht komplett drüber fahren. Dann so früh wie möglich aufs Gas gehen. Und wichtig ist, die Kurve auf jeden Fall Vollgas fahren. Also wenn ihr die hier nicht Vollgas fahren könnt, habt ihr vorne schon was falsch gemacht. Wichtig vielleicht auch hier, nicht nach Möglichkeit auf diesen Körb. Der Körb hat aus irgendeinem Grund ganz viele Bodenwellen. Da kann es schnell passieren, dass das Auto aus der Balance kommt und ihr irgendwo hinfliegt. Deswegen, wenn es geht, nicht auf diesen Körb fahren. Nächste Kurve. Bremspunkt wieder. Habt ihr hier wieder so Dreck auf dem Boden. Aber gleiche Situation wie vorher. Wenn ihr einen vor euch habt, könnt ihr den Bremspunkt vergessen. Deswegen orientiere ich mich eher zwischen 50 und 100 Meter. Fühlt sich irgendwie zu früh an. Also man probiert es im Training irgendwie da später zu bremsen. Aber da es eben den Berg runter geht, hat das Auto einfach ziemliche Probleme hier zu verlangsamen. Deswegen passt es schon zwischen 50 und 100 Meter. Und dann frühen Apex und eben auch wieder gucken, dass ihr früh aufs Gas kommt, um den Schwung mitzunehmen. Hier auch extremes Trial Braken. Und ich gucke auch immer, habe ich hier jetzt nicht so gut, ich bin ein bisschen zu schnell reingefahren, habe ein bisschen zu spät eingelenkt. Aber ich gucke, dass ich mit den zwei Reifen immer an die weiße Linie oder auf die weiße Linie komme. Den Körper nicht treffen, der ist zu hoch, da fliegt ihr weg. Aber so nah wie möglich an den Körper. Also ich verschenke hier, wie ihr seht, ein paar Zentimeter. Kostet auf jeden Fall Zeit. Guckt, dass ihr so nah wie möglich da rankommt. Dann außen auf den Körb hier. Gucken, dass ihr nicht zu weit nach außen kommt. Und wenn ihr hier mit zwei Rädern aufs Gras kommt, habt ihr bestimmt schon gesehen, dass die Leute dann schnell links in die Wand fliegen. Und das war eine Runde auf Bärfürst. Noch ein kleiner Tipp, den habe ich in Bärleil schon gegeben, wer bis hierhin noch zugeschaut hat. Unter Options, Control gibt es eine Einstellung, Traction Control Toggle. Habe ich bei mir auf der Numpad 0 Taste, weil meine Tastatur direkt neben mir liegt während dem Fahren. Das bewirkt, dass ihr für ein paar Sekunden die Traktionskontrolle ausschaltet. Wenn ihr oben am Berg euch drehen solltet und ihr es geschafft habt, nicht einzuschlagen, dann sehe ich oft Leute, die dann da ewig lang hin und her rangieren. Wenn ihr diese Taste 0 drückt, habt ihr wie gesagt für drei Sekunden oder vier Sekunden kein ABS. Könnt mit der Kupplung, also 50% Kupplung Vollgas, könnt ihr das Auto rumschmeißen in die richtige Richtung und weiterfahren. Ihr müsst dann nichts mehr drücken, die Traktionskontrolle schaltet sich automatisch wieder an und ihr könnt weiterfahren. Spart euch unter Umständen sehr viel Zeit. Passt nur auf, dass ihr euch nicht auf eine Taste legt, auf die ihr aus Versehen mal drauf kommen könnt. Wir haben fahren, weil sonst bedeutet es ziemlich sicher euren Tod auf der Strecke. Und ansonsten wünsche ich allen ganz viel Glück beim 12-Stunden-Rennen, so werden es mitfahren. Und dem Rest natürlich auch viel Glück und viel Spaß in der heutigen Woche. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann teile es gerne, like es, lass auch gerne einen Kommentar da. Und wir freuen uns, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann! Und wir freuen uns, dich beim nächsten Video gefallen.